Was erkennst du auf diesem Bild? Richtig, ein Rüstloch! Was genau ist ein Rüstloch? In mittelalterlichen Mauern sieht es so aus, als ob die Leute Steine vergessen hätten. Das ist aber ganz und gar kein Zufall. Das sind spezielle Fassungen, die mit eingebaut werden. Und die dienen dann als Gerüst. Und so kann man Stück für Stück einen Turm bauen oder eine Mauer. Man kann die Löcher nach Abschluss verputzen. Wenn der Putz sich von der Mauer gelöst hat, kommen die Rüstlöcher dann wieder zum Vorschein. Oder bei Stadtmauern einfach offen lassen, um Schäden an der Mauer zu reparieren. Zum Beispiel nach einer Belagerung. Selbstverständlich baue ich die Rüstlöcher auch in meinen Minecraft-Bauwerken, da ich ein richtiger Fan von Realismus bin.